Haft für Leipzigs Oberbürgermeister Jun, mutwillige Misswirtschaft einer Oststadt, Ende schlechter Politik gefordert. Leipzigs Oberbürgermeister Jun zeigte völlige Unkenntnis und machte einige Fehler. Aufbau einer zu starken Stadtregierung. Keine Beteiligung aller Bürger an der städtischen Entwicklung. Ausbluten der Privatwirtschaft. Völlige Unkenntnis bzw. Inkompetenz. Mutwilligkeit lässt sich unterstellen. Starke Regierungen brauchen Autokraten und Diktatoren. Seine Fehler könnten Landesverharrt sein, um Sachsen bewusst zu schwächen. Ist Herr Jun nicht inkompetent, handelt er bewusst. Er gebe sich nach § 94 und § 96 StGB ein Strafmaß bis zu lebensländisch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017